Hallo, liebes Kinderpalliativzentrum. Ich gratuliere euch zum zehnjährigen Jubiläum recht herzlich. Ihr leistet mit dem gesamten Team tolle Arbeit für viele, viele Kinder und auch deren Eltern und macht weiter so. Wir von den Ruhrpottellen werden euch auch in den nächsten Jahren immer wieder gerne unterstützen. Alles Gute, toi 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 und Glück auf!